Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play auf meinem Kanal Mario Kart Tour Das ist ja das neue Mario Spiel und Es kam heute raus und wir spielen es einfach mal an Erhalten, tot Der war aber echt sehr scharf Lass uns gleich loslegen und trainiere, wie du dein Fahrzeug richtig längst Jedes Fahrzeug ist ein serienmäßig Lass uns gleich losgehen Okay, let's go Boah, ist das Grafik gut Okay, let's go Alter, ist die Steuerung kacke Aua Die ist so schwammig Oh Mann, da wollte ich nur hin Ey, auf einmal sind Spieler da Die ist so schwammig Das ist dum. Fertig. Wir sind der erste Platz. Da anfangen wir an. Dann machen wir das mal. Selten erhalten Peach. Also dann, bitte anschnallen und Motoren anlassen. Mario Kart Tour ist startbereit. Ja okay, das war das Tutorial, was wir jetzt abgeschlossen haben. Und damit beende ich den Part. Wir sehen uns im nächsten Video, falls es überhaupt den gibt. Also für ein Handy-Spiel ist es okay. Mario Kart 9 wäre besser halt. Und ja, sonst halt finde ich halt die Steuerung ziemlich, ziemlich scheiße. Also ich habe mir die Bewertung durchgelesen, dass die so schlecht sind, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber naja, wir sehen uns vielleicht beim nächsten Part wieder. Aber wir sehen uns ja sowieso wieder. Aber vielleicht nicht mehr in diesem Let's Play. Und ja, bis zum nächsten Mal Leute. Ciao. Ciao.